Schönen guten Tag, Christian Müller-Hergel. Ich bin's wieder und möchte Ihnen den neuen Newsletter des Dialogzentrums Leben im Alter von der Hochschule Osnabrück vorstellen. Wir haben wieder 15 verschiedene Studien ausgesucht, wobei das sind ein bisschen mehr, weil zu vielen Studien gibt es noch so zwei, drei kleinere Sachen, die ich immer hinzugefügt habe, aus anderen Studien, die das noch ganz gut ergänzen und weiterführen. Ja, ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick, damit Sie so ein bisschen sich darauf einstellen können. In einer ersten Studie, da geht es um Psychotherapie für Menschen im Heim mit beginnender Demenz und siehe da, auch dort kann Psychotherapie sehr wirksam sein, wenn sie zugehend ist, wenn die Psychotherapeuten in die Einrichtung kommen. Und das Hauptthema ist so, Frieden mit der eigenen Vergangenheit zu machen. Also das, was man so Life Review oder Reminiscence Therapy nennt. Also dass man einen Frieden macht mit seinem Gewordensein, das hat einen sichtbaren Effekt. Delir ist oft ein Problem, wird oft gar nicht erkannt, vor allen Dingen die hypoaktiven Delirien. Also wenn die Leute sehr still, sind sehr passiv, wenig reagieren. Und da gibt es jetzt so ein einfaches System, wo man Wachheit und Aufmerksamkeit miteinander kombiniert, um sehr schnell festzustellen, ob ein Mensch an einem Delir leidet. Delirien zu erkennen sind sehr wichtig, weil sie haben sehr gravierende Folgen für die Menschen. Gemeinsame Spaziergänge von Angehörigen mit Menschen mit Demenz sind für beide Seiten sehr entlastend. Man geht gemeinsame Wege, hat gemeinsame Routinen und kommt sozusagen aus dem Alltagsstress ein bisschen raus. Wenn es schwierig wird, also mit dem Herumlaufen, wenn das so zum Wandering wird, wie man das so nennt, dann sind erfreuliche Aktivitäten mit einer starken sozialen Komponente relativ hilfreich. Ja, dann eine Arbeit über psychosoziale Aktivitäten insgesamt und auch hier wieder das Ergebnis. Soziale Aktivitäten sind höchstwahrscheinlich bei den verschiedensten psychosozialen Interventionen das, was am meisten für positive Effekte sorgt. Das wissen wir schon lange, wird auch immer wieder festgestellt. Also sinnvolle soziale Möglichkeiten zu schaffen, scheint für viele Menschen sehr hilfreich zu sein. Ja, dann haben wir eine ganze Reihe von Aufsätzen zum Thema Depressivität. Und eins beleuchtet so den Zusammenhang von Schmerzen, von Behinderungen in den Aktivitäten des täglichen Lebens und von Depressivität. Und im Wesentlichen ist das Resultat das eine für zum anderen. Also je mehr die Leute in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, desto mehr bekommen sie Depressivität. Je mehr sie depressiv werden, desto mehr schränken sie sich in den Bewegungen des täglichen Lebens einher, also eine sich wechselseitig steigernde Spirale. Auch Einsamkeit, ein gebrechlicher Leib, ja, auch das führt dazu, dass Menschen zunehmend depressiv werden. Also im Unterschied zu jüngeren Jahren, wo die Depressivität quasi wenig in den Aktivitäten des täglichen Lebens verankert ist, sind es gesundheitliche Einbrüche, die doch bei alten Menschen hauptsächlich für Depressionen verantwortlich sind. Was hilft? Neue Erfahrungen, was Überraschendes, Sensorisches. Das wird oft gerne als Unterbrechung dieses belastenden Alltags wahrgenommen. In Bezug auf Depressivität im Alter unterscheidet man so eine Niedrig- und eine Hochgruppe. Also insgesamt haben Frauen mehr depressive Zustände auch im Alter, Männer seltener. Nur wenn Männer die Depressivität haben, ist es bei denen schlimmer. Also im gewissen Sinne eine ausgleichende Gerechtigkeit. Ängste, Schlafstörungen und Depressivität tauchen oft zusammen miteinander auf und haben einen additiven Effekt. Das heißt, das eine macht das andere schlimmer. Und eine Möglichkeit, diesen Kreislauf zu unterbrechen, ist vor allen Dingen die Schlafstörungen zu behandeln. Also wenn Menschen wieder gut schlafen, dann beeinflusst das auch die Ängste und auch die Depressivität. Ein besonderer Aspekt ist noch Sturz und Ängste und Sturz und Depressivität. Also Stürze sind immer auch ein seelisches Ereignis. Man kommt sozusagen in die vertikale Position und nicht mehr in der horizontalen. Und das ist so eine Kränkung des Erwachsenseins. Also zu stürzen ist für die Menschen in der Regel auch seelisch ein tiefgehender Schock. Deswegen brauchen sie im Grunde genommen nach einem Sturz auch so was wie, ja ich sag mal, seelsorgliche oder psychotherapeutische Begleitung oder zumindest etwas, das sie in ihrem Körpergefühl wieder aufbaut und sie wieder lernen, dass sie auch eine Kontrolle über ihren Leib haben. Eine Studie oder ich glaube mehrere sind das sogar über Hörschwächen. Also Hörschwächen sind riskant, vor allen Dingen für Männer. Man vermutet, dass im Zusammenhang mit Hörschwächen auch bestimmte Hirnbereiche betroffen sind, die mit Empathie, also mit Einfühlungsvermögen verbunden sind. Man nennt das so Theory of Mind, also die Vorstellung, dass andere Menschen auch empfindende, denkende, intentionale Wesen sind. Diese Bereiche sind bei der Hörschwäche mit betroffen. Also es gilt Hörschwächen sehr früh und nachhaltig zu kompensieren, wenn es denn geht. Man war ja bisher immer der Auffassung, wenn Angehörige zu den Menschen, die sie zu Hause pflegen, eine gute Beziehung haben, dann klappt es auch in der Pflege gut. Das ist aber nicht so. Also eine gute Pflege und eine gute Beziehung scheinen zwei voneinander unterschiedliche Konstrukte zu sein. Es gibt also Leute, die haben zu ihren Pflegebedürftigen eine sehr gute Beziehung, aber es klappt in der Pflege überhaupt nicht gut. Und umgekehrt, es gibt Menschen, die kommen mit der Pflege sehr gut klar, haben aber Schwierigkeiten in der Beziehung. Also beides hat nicht immer unbedingt was miteinander zu tun. Das ist eine gewisse Korrektur von Vorstellungen, die man bisher so hatte. Noch zwei kleine Studien. Einmal so eigene Bereiche für Menschen mit Demenz im Krankenhaus haben schon wirklich ihren Vorteil. Also das ist jetzt wieder erwiesen, dass man dann die Klienten besser beobachten kann, dass man besser einen Kontakt aufbaut, dass man ihre Hintergründe besser versteht. Und damit ist auch weniger herausfordernde, schwierige oder wie man heute sagt, eine auffordernde Situation in dem Krankenhaus gibt. Ja und zu guter Letzt, Hunde sind immer gut. Ja, so mein Spruch ist immer, mein Vieh ist immer eine feine Sache. Nicht? Die Emotionen fließen freier. Man hat mehr Berührungen, auch Fellberührungen. So ein Tier nimmt einem nichts übel. Also für fast sämtliche psychischen Erkrankungen empfiehlt sich der Kontakt mit Hunden. Es ist eine gute Möglichkeit für die Menschen eine Begegnungssituation zu schaffen, die einfach in jeder Hinsicht unbelastet ist. Ja, ich wünsche Ihnen mal viel Spaß bei dem neuen Newsletter. Ich freue mich über Ihr Interesse und über Ihre Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.